Schauen wir mal, wie das Wetter heute ist. Tati, so kalt. Juppie, Schnee, Schnee, Schnee. Tati, es ist sehr, sehr kalt. Hol mich hier raus. Aber Missy Fu, ich werde dich abtrocknen. Tati, ich friere immer noch so sehr. Missy Fu, wie wäre es, wenn ich dich mit warmer Luft trockne? Tati, ich sehe aus wie ein Ball. Komm schon, lass uns rausgehen. Bei dieser Kälte? Immer mit der Ruhe. Tati und Missy Fu sind für den Schnee angezogen. Schau, wie süß wir doch sind. Und vor allem warm. Komm schon, lass uns gehen. Sieh mal, Missy Fu, so viel Schnee. Was hältst du davon, wenn wir Lilly anrufen? Klar doch. Magischer Spiegel, ruf meine Schwester an. Hallo, Tati. Wahnsinn, so viel Schnee. Wir wollen im Schnee spielen. Machst du denn mit? Ja, ja. Wir werden am See auf dich warten. Super, ich gehe gleich los. Sieh mal, die Straße ist mit Schnee bedeckt. Mal sehen, wo meine Wintersachen sind. Ui, da ist ja mein Cowboyhut. Mal sehen, wie er mir steht. Los, Pettchen, los. Mal sehen, was wir noch so haben. Oh, meine Baseballmütze. Juhu, hier bist du. Und jetzt geht's ab in den Schnee. Oh, Missy Fu, ohne die Schneeschuhe kommen wir gar nicht voran. Du hast recht, Tati. Gehen wir zurück und holen sie. Jetzt ist es wirklich viel einfacher durch den Schnee zu laufen. La, 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 la. Und zum See werden wir gehen. Da ist der See. Komm schon, Tati. Komm schon, Tati. Wow, Missy Fu. Es ist so schön hier. Alles ist gefroren. Oh, Tati, was hast du getan? Ich hab nichts gemacht. Wenn ich es nicht war und du auch nicht, wer war es denn dann? Vielleicht der große Schneemann. Hä? Es war Lili. Schneeballschlaft! Nein! Na warte! Autsch! Das macht so Spaß! Nimm das! Nimm das! Ah! Und das! Ich hab euch beide abgeschossen. Mach dich bereit, Missy Fu. Dieser Schneeball ist nur für dich. dazu! Nimm das! Nimm das! Puppi! La, 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 la. Aber ich nicht! Wie lustig! Ich hab so viel Spaß hier mit euch. Was haltet ihr davon, wenn wir einen Schneemann bauen? Ja, ja, jubi! La, 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 jetzt kommt der Kopf drauf und ein Arm fiel auch noch, la, 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 la. Missy Boo, willst du die Karotte als Nase drauf machen? Ja, Tati, ja. Er ist so schön geworden. Juppie. Tati, warum verwandelst du ihn nicht in einen echten? Na gut. Tati, Pris, Pras, du wirst ein echter Schneemann sein. Wow, Leute, danke, dass ihr mich in einen echten Schneemann verwandelt habt. Wisst ihr, was ich am Winter ganz besonders mag? Das Schlittschuhlaufen. Ja, lass uns Schlittschuhlaufen. Hey, Missy Boo, kannst du Schlittschuhlaufen? Nein, aber es sollte nicht so schwierig sein. Ah, das ist so schwierig. Autsch, das tut weh. Au. Das ist zu rutschig. Das macht so viel Spaß. Oh nein, sie ist eingefroren. Meine arme kleine Schwester. Und was machen wir jetzt? Ich weiß, wo wir sie hindrehen können, aber wir brauchen einen Schlitten. Ich werde einen mit meinem Zauberstab besorgen. Nein, Lili, nein. Warum nicht? Jedes Mal, wenn du deinen Zauberstab benutzt, geht etwas schief. Du strich, du strich, ich fahre hier an Schlitten. Lili, du hast dich in einen Schlitten verwandelt. Ui, 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 ui. Lass uns am besten Hilfe holen. Seht mal das Haus vom Weihnachtsmann. Wir sind da. Juppie. Was ist mit euch passiert, Leute? Weihnachtsmann, wir brauchen deine Hilfe, um Tati aufzutauen und damit Lili wieder Lili sein kann. Keine Sorge, mit meiner Magie sollte das schon klappen. Oh, toll, ich bin wieder ich. Und jetzt lass uns Tati reinbringen. Stell sie hier ab. Und nun Magie. K、 k、 k, 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 k. Schätzchen, du brauchst eine heiße, heiße Schokolade. Danke. Danke, Weihnachtsmann, dazu meine kleine Schwester, die rige Katte. Nun, wer will ein paar Süßigkeiten? Juppie, juppie. Juppie, juppie. Die sind lecker. Wollt ihr Rudolf besuchen gehen? Ja, Rudolf, Rudolf, Rudolf. Rudolf, es ist Zeit zu essen. Hier bringe ich dir deine Möhren. Oh, mein Lolli. Nimm einen Lolli, Missy Poo. Danke, Tati. Kommt, Kinder. Ich zeige euch einen ganz besonderen Ort. Wow, so viele Briefe. Habt ihr euren schon geschrieben? Nein, noch nicht. Worauf wartet ihr da noch? Lasst sie uns schreiben. Dieses Weihnachten möchte ich. Lieber Weihnachtsmann, könnte ich dieses Weihnachten vielleicht... Lieber Weihnachtsmann, jetzt, wo wir uns kennen und Freunde sind und ich sowieso super, superartig war... Nun, meine Kinder, seid ihr alle fertig? Ja! Sehr gut, gebt her. Wir werden dich vermissen. Ich werde euch auch vermissen. Mach's gut, mach's gut. Wir sehen uns an Weihnachten. Frohe Weihnachten. Ho, ho, ho! Abonnieren, nicht vergessen. Hey, wo ist Teddy? Ich werde sie suchen. Ich suche einen Kürbis, um einen Kuchen zu backen. Zuckerkürbis, 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 Zuckerkürbis. Es sind sie ja. Hä? Wo kommt dieser rote Vorhang her? Was macht diese Tür hier? Hm, ich frage mich, wohin sie führt. Da bist du ja, Teddy. Missy Fu, weißt du, wohin diese Tür führt? Keine Ahnung, Teddy. Ich sehe sie zum ersten Mal. Missy Fu, was hältst du davon? Und meinst du, wir sollten gehen und erforschen, was hinter dieser Tür ist oder nicht? Okay, hört sich nach einem Abenteuer an. Oh, wow. Drei weitere Türen. Oh, die drei kleinen Schweinchen. Ich würde sie gern treffen. Wow. Es ist so schön. Schau, schau, Teddy, da kommen sie. Lauf, Leute, der Wolf ist in der Tür. Wow, dieser Wolf kommt mir sehr bekannt vor. Finde ich auch. Ich werde hüpfen und dann springen und dann... Lilly? Ich bin nicht Lilly, ich bin der große, böse Wolf. Sie waren seltsam. Sie müssen wohl aus einem anderen Märchen kommen. Das war wirklich seltsam, Teddy. Sollen wir jetzt zu Rotkäppchen gehen, Missy Fu? Ja, ja. Schau, Missy Fu, da ist sie. Süßer kleiner Wolf, wo bist du hin? Lilly? Was, schon wieder? Nein, nicht Lilly. Ich bin Rotkäppchen. Rotkäppchen? Was hast du in deinem Kopf für deine Oma? Welche Oma? Ich bringe das zu meinem Freund, dem Wolf. Ich habe ihn in diesen wirklich sehr leckeren Schlammkuchen gebacken. Willst du ihn sehen? Hey, habt ihr den Wolf gesehen? Nein, wir haben ihn nicht gesehen. Kleiner Wolfi, da bist du, ja? Ich bin nicht so hungrig. Dieses Märchen ist auch ganz schön durcheinander. Missy Fu, glaubst du, dass Lilly auch Aschenputtel sein wird? Das sollten wir herausfinden. Aschenputtel, wir sind so froh, dass du es wirklich bist. Hi, Leute. Habt ihr zufällig meine gute Fee gesehen? Ich bin schon zu spät für den Ball. Hier bin ich, Aschenputtel. Lilly schon wieder? Wer ist Lilly? Ich bin die gute Fee. Freut mich sehr. Und was wirst du tun, gute Fee? Mit meinen magischen Kräften sorge ich dafür, dass Aschenputtel ein schönes Kleid für den Ball bekommt. Wickel, wickel, wickel. Wow, oh, wow. Dieses Kleid ist sehr ungewöhnlich. Oh, und nicht zu vergessen, dass ihr auch noch schöne Schuhe braucht. Twinkle, wickel, wickel. Zuletzt wird diese kleine Maus die perfekte Kutsche sein. Twinkle, wickel, go, go, go. Missy Fu, ich glaube, wir sollten Lilly schnell einen Besuch abstatten. Ja, ja, ich glaube das auch, Teddy. Naja, war ziemlich lustig. Und auch sehr merkwürdig. Und jetzt ist Aschenputtel bereit, zum Wald zu gehen. Lilly, was machst du da? Ich lese nur Geschichten aus einem Buch. Und was hast du mit ihnen gemacht? Gar nichts. Nur hier und da ein paar Elemente hinzugefügt, um sie interessanter zu machen. Oh, oh. Lilly, du musst die Märchen genauso lassen, wie sie sind. Okay, Daddy. Twinkle, Twinkle, alle Märchen werden wieder genauso sein, wie vorher. Oh. Was ist das für ein Ort? Oh. Zeit, dass ich meine Magie einsetze. Twinkle, Twinkle, wickel, lass alle Figuren in ihre Geschichte zurückkehren. Hey, sollen wir jetzt ein Märchenbuch lesen? Nicht vergessen zu teilen. Oh, wer könnte das sein? Ich bin sicher, es ist Lilly. Mausi, was machst du hier? Hallo, Teddy. Ich habe gerade diese magische Post bekommen. Ich glaube, sie ist für Missy Fu. Ich wollte ein Piratenabenteuer und kein Stück Papier. Vielen Dank, dass du es hierher gebracht hast. Gern geschehen, Teddy. Wir sehen uns später. Okay, mal schauen, was das ist. Das stimmt nicht interessant, ist nur eine Zeichnung. Miau, miau. Komm, sehen wir es uns an. Es ist eine Pirateninsel. Wie kann das ein Piratenabenteuer sein, wenn es nur eine Zeichnung ist? Missy Fu, es ist eine magische Karte. Sieh sie dir genau an. Oh, wow. Sie bewegt sich. Schau mal, ein Wal. Wow. Wow. Oh, der Wal hat mich voll gespritzt. Warte, schau. Wow. 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 Hallo, Leute. Ich heiße euch herzlich willkommen zum Piratenabenteuer. In diesem Abenteuer reist sie zu einer magischen Insel. Quack. Auf der ihr lange suchen müsst, um den versteckten Schatz des Piraten zu finden. Quack, quack. Yay, Piratenabenteuer. Ja, ja, ja. Aber wie kommen wir auf die Insel? Winzig, winzig, winzig klein. Drehst du dich und gelangst über die Karte in das Piratenabenteuer. Quack. Quack, quack, quack. Wow. 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 Wow, wir haben es geschafft. Yippie. Quack. So, Leute, jetzt müsst ihr aber durch die Höhle gehen. Quack. Ich wünsche euch von hier an viel Glück. Wenn ihr etwas braucht, ruft einfach nach mir. Quack, quack, quack. In dieser Höhle scheint es wirklich sehr dunkel zu sein. Komm, Missifu, es ist sicher nicht so dunkel. Ich sage, wir gehen einfach zurück zum Strand. Komm schon, Missifu. Bald treffen wir auf die Piraten. Lass uns weitergehen. Oh, ah. Ich bin nur an etwas hängen geblieben, Teddy. Oh, oh, oh. Kein Problem, Missifu. Ich kann dir helfen. Es ist nur so, dass ich ein bisschen Angst bekomme. Teddy, Teddy, wo bist du? Ich kann dich nicht sehen. Geruhige dich, Missifu. Ich bin genau hier. Was sind das für Augen? Welche Augen, Missifu? Diese. Jetzt sind wir in Sicherheit. Wir sind fast da. Fast da. Teddy, ich habe das Gefühl, dass wir wieder beobachtet werden. Lauf, Missifu. Lauf schnell. Lauf, Lauf. Gut sind wir, Teddy. Ich sehe hier keine Piraten. Mach dir keine Sorgen, Missifu. Wir werden sie schon finden. Schau, es ist schön. Schau, Teddy. Das ist bestimmt ein Piratenhinweis. Da steht, nicht anfassen. Oh wow Wahnsinn Es ist so groß Siehst du, endlich haben wir das Piratenschiff gefunden Sollen wir an Bord gehen? Na klar Wow, es ist so schön Schau, Teddy, hier ist noch ein Hinweis Es ist eine Seite aus einem Buch Ich schätze, wir sollen sie finden Aber ich sehe nirgendwo ein Buch Lass uns nachsehen, Teddy Lass uns hier entlang gehen Mal sehen, mal sehen Schau, Teddy, das ist die Kabine des Käpt'n Schau, Miss Ifu, da ist ein Buch Lass es uns öffnen Sieh dir diesen magischen Schlüssel an Er wird uns wahrscheinlich zum Schatz führen Folgen wir ihm Oh, da ist er ja Da Wow, wir haben ihn gefunden Wir haben den Schatz gefunden Bringen wir ihn zurück zum Papagei Er wird eine Menge wiegen Sieh mal, Jack Jemand nimmt uns den ganzen Schatz weg Yippie, Yippie Daddy, da kommen endlich die Piraten Was macht ihr mit unserem Schatz? Gib ihn sofort zurück Es tut uns leid Es tut mir so leid Es ist nur so, dass wir dachten Ähm Hördi Diese Piraten machen mir langsam ein bisschen Angst Ich muss sagen, dass sie mir auch ein bisschen Angst machen, Miss Ifu Wir werden euch über die Planke vor den Heim laufen lassen Arrrr Macht schon, lauft Oh, ich dachte wirklich, die Piraten würden unsere Freunde sein Kleiner Papagei, kleiner Papagei, hilf uns Schau, Miss Ifu, unser kleiner Papageienfreund kommt zu uns Kleiner Papagei, kommst du, um sie zu retten? Nun, dann gehst du auch über die Planke Ach, wirklich? Dann verwandle ich euch alle in Mäuse Und euren Schatz in Bonbons Oh, jetzt haben wir keine Schätze mehr Und obendrein sind unsere Mäusen geworden Oh, arme kleine Jungs Jetzt habe ich Mitleid mit ihnen Wenn ihr versprecht, euch zu benehmen Werde ich euch wieder in Piraten verwandeln Oh, ja, ja Wir versprechen es Wir versprechen es Wir werden uns super benehmen Twinkle, Twinkle, B Ihr verwandelt euch wieder in Piraten Und benehmt euch wirklich gut Danke, Teddy, danke Könnt ihr uns vergeben? Ja, natürlich verzeihen wir euch Nun, herzlichen Glückwunsch Du hast das Abenteuer bestanden Das ist eine besondere Goldmünze Die euch helfen wird Von der Insel zu verschwinden Oh, vielen, vielen Dank, Herr Pirat Liken und abonnieren Vielen Dank, Herr Pirat